Gut, dann danken wir Ihnen heute fürs Kommen als Nationalratspräsident. Vielen Dank fürs Kommen. Ihnen auch danke fürs gemeinsame Fragenstellen. Und Ihnen herzlichen Dank und Ihnen herzlichen Dank fürs Zusehen. Mit Politik geht es hier jetzt auch weiter. Im Parlamentsmagazin Hohes Haus mit Patricia Pawitzki ist heute Matthias Strolz, Chef Daneos, zu Gast. Und am Abend im Zentrum fragt Claudia Reiterer, wie mächtig sind die Burschenschaften? Zu Gast sind unter anderem der Ex-FPÖ-Obmann und Ex-Vizekanzler Herbert Haupt und der ehemalige Abgeordnete Ewald Stadler. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.